Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Heute geht es um Halloween-Schminke und meine Schwester hat mich hier verschminkt. Ähm ja, und wir sehen dann gleich, wie ich aussehen werde. Wir schminken hier eine Wunde. Die Wunde, die machen wir nicht selber, die haben wir gekauft. Die hat, glaube ich, 12 Euro gekostet und die kleben wir an und dann machen wir das alles mit so einem normalen Make-up, sodass es halt echt aussieht. Aber was finde ich denn am Ende? Und dann machen wir noch ein bisschen Kunstblut und vielleicht auch ein bisschen Blut in blutige Zähne. Wir haben extra so Zahnblut, haben wir da noch gekauft. Genau, und das ist dieser Kleber, mit dem wir das ankleben. Ja, lass mich überraschen. Sie wird auf jeden Fall gruselig. Und hier haben wir noch ein paar Kontaktwitzen. I like that, hey. I like that, hey. Aha, aha, I like it. Hier haben wir noch mal Kontaktwitzen. Ich weiß nicht, welche du benutzen willst. Welche Farbe sind die? So Horror-Kontaktwitzen, also so Zombie und Ding und noch eins. Schau, das ist für die Zähne. Guck mal. Das ist für die Zähne. Habe ich das Kostümt eklig? Ist das so auch von hier? Ja. Oh, da könnte ich mich ja auch glatt mal verkleinern. Oder du kannst auch, wenn du willst, statt Blut, blutige Zähne, können wir auch richtige Zähne machen. Echt? Ja. Die sind aber ein bisschen teuer. Muss man dazu sagen. Geil. Also braucht man nicht unbedingt für den Look. Ey, wo ist denn das Kostüm? Weil dann ziehe ich mich da an. Dann bin ich da drin. Willst du dich jetzt anziehen? Ja, vor dem Schmucken, oder? Ja, okay. Dass ich besser in meine Rolle schnüpfen kann. Was ist das denn? Ach so, wir haben übrigens zwei Wunden bestellt. Habe ich gerade gesehen. Hatte ich ganz vergessen. Wir haben einmal so eine Würmerwunde aus Maden und einmal so eine, ja so eine, keine Ahnung, wie nennt man das? So eine offene Wunde hier im Gebiss. Welche möchtest du? Die Würmer-Maden-Wunde. Aber ich finde heute verkleidend saugeil. Ich liebe das heute. Ich kann mir vorstellen, dass viele von euch da draußen das auch geil finden. Und, ja, vielleicht können wir ja den einen oder anderen von euch da draußen inspirieren, es uns nachzutun. So, und jetzt, meine Lieben, jetzt wird's gruselig. Und jetzt, meine Lieben, jetzt wird's gruselig. Und jetzt, meine Lieben, jetzt wird's gruselig. Ein bisschen was da draußen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal!